Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Wie werde ich eigentlich Teamlead in Tech? Und ja, während so die ersten Zuschauer von euch hier so langsam eintrudeln, könnt ihr ja auch gerne mal uns im Chat mitteilen, wo ihr gerade zuschaut. Wir haben hier in Bayern ja wunderbares Wetter gerade und ja, wir freuen uns ja trotzdem, wenn ihr bei sommerlichen Temperaturen es schafft, heute hier um 17 Uhr, bei unserem Livestream teilzunehmen. Und da wollen wir natürlich auch erfahren, wer das eigentlich alles ist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten, ich würde mal sagen, 45 Minuten etwa. Und genau, bevor, also solange ihr alle eintrudelt, würde ich auch ganz kurz noch was zur Tech Leaders Academy sagen. Ja, wir sind Sebastian, also hi Sebastian, kannst du mal kurz winken. Und Sarah, die Gründer der Tech Leaders Academy. Und wir haben unsere bisherige Karriere eigentlich ausschließlich im Tech-Umfeld verbracht. Sebastian als Software-Ingenieur, ich im Bereich Data. Und ja, mit der Tech Leaders Academy spezialisieren wir uns jetzt ganz konkret auf das Thema Technical Leadership. Das heißt ganz konkret, wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Tech-Talente zu Tech Leaders auszubilden. Das machen wir unter anderem mit ganz gezielten Trainingsmaßnahmen, aber auch zum Teil mit Beratungsleistungen. Trainingsmaßnahmen können dabei mehrere Wochen gehen, wie zum Beispiel unsere Masterclasses oder auch sehr hands-on in kürzeren Workshops sein. Genau, ich schaue mal gerade auf meine Notizen, was ich noch sagen will. Genau, wenn euch das an sich interessiert, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Das ist tech-leaders mit S hinten Punkt Academy. Da könnt ihr schauen. Wir haben zum einen verschiedene Kurse, Angebote dort platziert, aber auch einen sehr interessanten Wissensbereich, wo wir zu verschiedenen Rollen in Tech oder verschiedene Rollen in Tech porträtieren, aber auch Karrieremöglichkeiten da ein bisschen näher aufzeigen. Und am Ende dieser Session werden wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf eine Sache bei uns bei der Tech Leaders Academy eingehen. Also bleibt am besten dran. Jetzt aber soll es natürlich um unser heutiges Thema gehen und dafür übergebe ich das Wort einfach mal an den Sebastian. Ja, hallo auch von mir. Es geht heute um Teamleads in Tech, also ganz speziell in dieser Branche. Wir wollen euch ein bisschen einführen, wie wird man eigentlich Teamlead? Wie werden üblicherweise Leute Teamlead? Und was für Skills braucht man dafür eigentlich? Dementsprechend haben wir ein bisschen was vorbereitet. Ich bin mir ganz sicher, wir haben viel zu viel vorbereitet, weil Sarah wird mir bestimmt zustimmen, wir könnten über dieses Thema nicht stunden, sondern tagelang sprechen. Aber deswegen ist es ja auch unser Beruf, unsere Berufung, genau dieses Thema. Und genau, wir haben ein bisschen was vorbereitet, wollen ein paar Fragen durchgehen. Aber ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, euch im Chat mitzubeteiligen. Es gibt da auch eine kleine News. Wir haben bisher immer zu YouTube und LinkedIn gestreamt. Letztes Mal hat das mit dem LinkedIn-Stream irgendwie nicht funktioniert. Heute, heute, toll, toll, funktioniert es. Und wir haben eine Neuerung und zwar nutzen wir Twitch seit heute. Wir streamen auch zu Twitch. Das heißt, wenn ihr eher auf Twitch unterwegs seid, könnt ihr gleich ein Follow da lassen. Könnt auch dort den Chat benutzen. Das trudelt alles bei uns hier ein im Streaming-Studio und dann können wir entsprechend auf eure Fragen ganz gezielt eingehen. Ja, das klingt cool. Eine neue Premiere sozusagen. Genau. Gut. Sarah, du hast doch ein paar Fragen vorbereitet. Willst du mal mit einer starten? Ja, ich habe mir gedacht, lass uns mal mit einer Definition starten, um mal in dieses Thema überhaupt reinzufinden. Und zwar wäre hierzu meine erste Frage, Sebastian, was ist denn für dich eigentlich ein Team-Lead jetzt im Tech-Kontext? Also Software, Data, DevOps, vielleicht auch Security. Ja, das ist ganz spannend. Mit der Frage haben wir uns schon sehr viel beschäftigt und in unseren Masterclasses und Coachings sehr, sehr verschiedene Antworten bekommen. Dementsprechend muss man leider diese typische Beraterantworten geben. So, it depends. Es sieht sehr verschieden aus. Was aber allerdings alle gemeinsam haben, es geht in der Regel um die Verantwortung von Personal. Das muss nicht disziplinarisch sein. Also es kommt nicht unbedingt mit einer Weisungsbefugnis einher, aber man ist zumindest mal dafür zuständig, sich um die Motivation der Mitarbeiter zu kümmern oder um das Upskilling, um die Weiterentwicklung, Karriereentwicklung, Feedback geben oder halt zum Beispiel spezielles Mentoring auf technischer Ebene. Das heißt, das Personal, das Team steht im Vordergrund und das soll man sich kümmern. Das ist auch, glaube ich, ganz unabhängig vom Technologie-Kontext. Das Spezielle am Team Lead in Tech ist eben, dass das Thema, die fachliche Domäne eben sehr viel Technologie enthält. Das heißt, wenn ich jetzt ein Mentor bin für mein Team, dann geht es natürlich um spezielle technische Themen im Bereich Data, Development oder Ups. Ja, ich würde das Ganze auch gerne nochmal dahin erweitern, dass ich die Beobachtung gemacht habe, dass Team Lead häufig so eine erste Form einer Führungsposition ist. Es ist vielleicht auch eher so die klassischste Art und Weise, eben indem man Verantwortung für ein Team, also für mehrere Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auch übernimmt, ob jetzt in der disziplinarischen Verantwortung oder nicht. Das sei jetzt erstmal ausgeklammert, aber es steht ja allein schon eben dem Namen beschrieben, Team Lead, dass man irgendwo ein Team aufbaut, führt und fachlich meist auch führt. Also in welche Richtung soll sich die Software entwickeln oder welche Data Science Use Cases sollen als nächstes im Unternehmen umgesetzt werden. Da habe ich die Erfahrung gemacht, da ist der Team Lead auch maßgeblich ganz stark mitbeteiligt, hier eine Richtung mit vorzugeben und eben eine Führungsrolle einzunehmen im Team. Ja, wobei Führung, da können wir vielleicht gleich mal über so ein paar, ja, also über ein paar Mythen sprechen eigentlich. Führung heißt natürlich nicht unbedingt, dass man jetzt alles alleine entscheidet, sondern Führung bedeutet eben vor allem, dazu kommen wir auch später sicherlich nochmal, dass man sehr viel zuhört, dass man ein guter Zuhörer ist, eine gute Zuhörerin, versucht verschiedene Meinungen und Standpunkte zu verstehen und die gut zusammenzubringen. Also ich glaube, das möchte ich gleich jetzt zu Beginn klären, Führung heißt nicht, dass man jetzt alles alleine entscheidet und alle müssen gehorchen. Das mag vielleicht sicherlich in der einen oder anderen Stelle oder Branche vielleicht so sein oder war früher mal so, hat aber nichts mit der modernen Führung zu tun, vor allem nicht im technologischen Umfeld. Würdest du eigentlich, jetzt mal eine spontane Frage, würdest du Führung mit Leadership übersetzen? Also wenn man jetzt mal wirklich sagt, Deutsch, Englisch, ist das für dich äquivalent oder würdest du was anderes unter Leadership verstehen? Ich glaube, ich würde schon relativ ähnlich sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die sagen, okay, Leadership ist für mich etwas anderes. Ich sehe die sehr synonym wie Begriff. Wie siehst du das? Wahrscheinlich schon. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken dazu gemacht. Die Frage kam ziemlich spontan. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bei Führung denke ich halt im Deutschen wirklich immer an das Führen von Personen, wobei ich jetzt bei Leading, Leadership nicht unbedingt nur an Personen denke, sondern wir haben es ja auch selbst schon in anderen Bereichen gesehen. Du kannst ja auch Leadership, also Verantwortung und eine Leadership-Position einnehmen, wenn du zum Beispiel für Technologie verantwortlich bist. Also wenn du einen Tech-Stack überwachst und Tools einführst oder irgendwo da eben eine sehr technische Expertise mitbringst, um eine Leadership-Rolle auszuführen. Da ist auch wieder das Wort Führen drin. Das ist witzig. Ja, also so ganz kann ich es dir noch nicht beantworten. Ich habe noch keine festgelegte Meinung dazu. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat im Chat ja jemand eine Meinung dazu. Ja, genau. Ich denke, das ist jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit, mal ein bisschen reinzustarten und mal sich einem Thema zu widmen. Und zwar dieses Thema, wie werden denn Personen eigentlich Teamleads? Ihr könnt ja vielleicht mal an euer Umfeld denken. Wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen Erfahrung in dem Thema und haben so verschiedene Cases beobachtet, die sich immer doch wiederholen. Und dazu haben wir vier Cases mal rausgearbeitet. Wann entstehen Teamleads oder werden Personen zu Teamleads? Das Erste ist, eine Organisation wächst, vielleicht sogar sehr schnell, Scale-Up-Umgebung zum Beispiel. Und es wird, also das Personal wächst einfach und dementsprechend muss man eine gewisse Führungsebene einziehen. Dann werden oft Teamleads bestimmt, auch relativ kurzfristig. Ein zweiter Use Case, der sehr eng damit verwandt ist, ist einfach eine Organisationsumstrukturierung. Das heißt, es werden irgendwie neue Geschäftsbereiche gebaut oder bestehende werden aufgeteilt. Auch dann passiert es, dass wieder Führungskräfte ernannt werden. Zum Beispiel könnte es sein, es gibt große Teams mit 20 Personen, was in der Regel viel zu groß ist und die werden jetzt zum Beispiel auf zwei oder drei Teams aufgeteilt. Dann kriegen die natürlich dedizierte Teamleads und dort entstehen dann neue Positionen. Aber es gibt eben auch andere Gründe, die oft gar nicht so gut sind. Das heißt, einzelne Personen im Unternehmen haben einfach zum Beispiel die meiste fachliche Erfahrung, also sind total tief drin in Data Science, in Software Development und auf Basis ihrer fachlichen Erfahrung werden sie dann Teamlead. Was eine gewisse Gefahr bildet, genauso wie, wenn jemand am längsten einer Firma zugehörig ist. Denn beides sind nicht unbedingt die besten Gründe, Teamlead zu werden. Denn am Ende ist ein Teamlead dann doch ein Rollenwechsel. Es wird immer als Beförderung gesehen, das kann man auch gern so sehen. Allerdings ist es effektiv eine andere Rolle, die man besetzt. Ja, wobei diese einzelnen Komponenten, die du hier gerade zeigst, ja auch eng miteinander in Verbindung stehen. Also angenommen, das Unternehmen wächst, nehmen wir mal wirklich das Datenbeispiel, da kenne ich mich einfach gut aus. Also du hast jetzt ein Unternehmen, nehmen wir mal ein E-Commerce-Unternehmen, vielleicht 300 Mitarbeiter und das Thema Data, Data Analytics wird relevant. Du fängst mal ja in der Regel ja auch mit ein, vielleicht zwei, drei Personen an im Team, maximal. Ganz, ganz häufig ist es ja wirklich so, mit einer Person wird mal dafür eingestellt oder fühlt sich dazu berufen, intern das Thema anzugehen und fängt mal an. Und mit der Zeit wird das Thema relevanter oder man hat erst Erfolge und stellt fest, man muss wachsen, man braucht mehr Personal. Das heißt ja, die Person, also die Situation, die du beschreibst, mit Organisation wächst, also man braucht mehr Personal. Und die Person, die schon da ist, hat am meisten Erfahrung, nicht nur wahrscheinlich in dem Bereich Data Analytics, sondern auch gleichzeitig noch mit den Use Cases im Unternehmen, sodass ja das auch irgendwo ziemlich logisch klingt, zu sagen, hey, wenn dann auch noch andere Gegebenheiten und Faktoren stimmen, dann ist ja das eigentlich der prädestinierte Teamlead oder die prädestinierte Teamlead-Person, oder? Grundsätzlich schon. Das muss ich auch nicht widersprechen. Die Erfahrung ist bloß, die wir gemacht haben, dass es manchmal passiert, dass Leute dann schnell auf Posten gesetzt werden, weil eben es Alternativlos ist. Also du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, es ist Alternativlos. Die Person hat die meiste Erfahrung und muss dann performen. Ob das die Person dann wirklich will oder ob das zu der Person passt, stellt sich dann oft erst später heraus. Und es passiert eben dann gar nicht so selten, dass dann vielleicht Leute nochmal wechseln und sagen, ach, ja, diese Teamlead-Position oder speziell diese Personalverantwortung ist gar nicht meins. Ich möchte eher Technologie, Produkt oder was auch immer verantworten. Dementsprechend, wenn das in so einem Fall passiert, dass Leute durch zum Beispiel die meiste Erfahrung Teamlead werden, dann sollte man eben gut hinterfragen, ist das denn auch im Sinne der Person? Möchte die Person dann auch wirklich ein Team leiten? Das stimmt. Ganz häufig wird man ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Oder es passiert, dass man mal zusammensitzt irgendwie mit der Geschäftsführung und die dann sagt, hey, wir haben vor zu wachsen. Magst du denn nicht jetzt auch die Teamleitungsrolle übernehmen? Und man so ein bisschen gar nicht weiß, worauf man sich da einlässt und wahrscheinlich schon eher erst mal sagt, ja, klar, mache ich das. Ist ja auch eine Ehre, das mitzuwachsen. Also nicht nur das Team wächst, sondern man selber wächst ja dann auch in diese neue Rolle rein. Das ist sicherlich auch für viele schmeichelhaft. Und dann wird man so ein bisschen da reingeschubst in diese neue Rolle. Und ohne das vielleicht jemals vorher sich so bewusst überlegt zu haben. Ja, genau. Das ist im Prinzip so die eine Seite, wie Personen Teamleads werden. Viel spannender und ich glaube, deswegen haben jetzt auch einige eingeschaltet, ist so der Punkt, ihr wollt vielleicht Teamlead werden. Du interessierst dich dafür, mehr Verantwortung zu übernehmen. Bist vielleicht auch noch dabei herauszufinden, ist das denn überhaupt was für mich? Deswegen gehen wir mal zur nächsten Slide. Da geht es nämlich eben darum, Das funktioniert gerade nicht. Dann was nochmal neu. Dann machen wir es einfach so. Okay. Ich glaube, du bist nicht im Presenting-Modus, oder? Kann das sein? Da habe ich rausgeschmissen. Das kann sein. Naja. Eigentlich schon. Wie dem auch sei. Wir machen das einfach so. Dementsprechend geht es für dich darum, herauszufinden, Möchte ich denn ein Teamlead werden? Ist das denn das Richtige für mich? Und genau damit würde ich immer empfehlen, anzufangen. Also sich damit zu beschäftigen, Was ist das denn für eine Rolle? Ist diese Rolle für mich gut gemacht? Kann ich da meine Skills ausspielen? Oder kann ich dann erstmal richtig anfangen, meine Skills, die ich schon mitbringe, auszupacken? Oder muss ich mich da in irgendeine Richtung entwickeln? Das heißt, sich wirklich damit beschäftigen, zum Beispiel mal die Stellenanzeigen lesen, was wird denn erwartet von einem Teamlead? Im eigenen Unternehmen, in anderen Unternehmen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und sich wirklich klar zu werden, ist das eine Rolle für mich? Möchte ich die besetzen? Oder eben nicht? Was ich da auf jeden Fall betonen möchte, ist, dass das, bevor man so eine Position das erste Mal einnimmt, es immer so sein wird, dass man nicht alle Skills zu vornherein mitbringt. Also es wird keine Führungskraft mit allen Skills, die man braucht, als Führungskraft geboren, sondern man erarbeitet die sich über viele, viele Jahre. Und selbst wenn man Unterstützung bekommt von diversen Mentoren, wie auch immer, wir werden ja gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, selbst dann sollte man von sich selber nicht erwarten, dass man innerhalb der ersten Wochen jegliche Aufgaben und Anforderungen, die man von außen gestellt bekommt, perfekt lösen kann. Das ist eigentlich nicht möglich, weil dafür verlangt diese Teamlead-Rolle zu viele diverse Skills, um das ja auf Anhieb wahrscheinlich perfekt zu machen. Zumindest ist das so ein bisschen, also das ist mein Rat an euch, selbst wenn ihr vielleicht am Anfang mal Überforderung fühlt, das ist ziemlich normal. Also Sebastian, ich glaube, das war wahrscheinlich bei dir damals nicht viel anders. Definitiv. Dann kommt so ein bisschen das Imposter-Syndrom raus und man fragt sich, ach, kann ich das eigentlich? Das gehört mir dazu. Das ist aber auch einfach essenzieller Teil von Wachstum, dass man sich halt in die Situation mal bringt, die man eben vorher noch nicht hatte, über den Tellerrand schaut und ja, was Neues ausprobiert, um dann halt herauszufinden, ist das was für mich? Kann ich das eigentlich? Das gehört definitiv mit dazu. Ja, wir können ja mal ein bisschen ins Detail gehen hier, wie man eigentlich zum Teamlead wird. Also eine, ich glaube, sehr offensichtliche Situation ist, du möchtest Teamlead werden. Das ist ein Wunsch von dir. Du hast das ganz klar definiert und du bewirbst dich auf eine offene Stelle. Das kann intern sein. Es gibt ja auch interne Ausschreibungen. Du möchtest da wachsen und bewirbst dich oder eben auch extern bei einem anderen Unternehmen, weil es da vielleicht einfach mehr Möglichkeiten für dich gerade gibt. Genau. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Ehe gerade schon erwähnt, einfach mal ein bisschen Stellen durchforsten, um zu schauen, was wird denn da erwartet? Ist das was für mich? Wenn man generell in einem Größenunternehmen ist, dann lohnt es sich aber auch mal, Kontakt aufzunehmen zur Personalabteilung L&D, falls es sowas gibt oder irgendwie in der Knowledge Base, weil manche Unternehmen ab einer gewissen Größe bieten eben auch schon Leadership-Programme an, wo viele unter bestimmten Bedingungen auch schon teilnehmen können, einfach mal reinzuschnuppern und schon eine erste Qualifizierung oder ein erstes Zertifikat zu bekommen. Ja, also das kenne ich auch, vor allem von großen Konzernen, die natürlich ein starkes Interesse daran haben, ihre eigenen Talente intern weiterzuentwickeln und zu Führungskräften über einen längeren Zeitraum auszubilden, die eigene interne Leadership-Programme haben. Darauf kann man sich meistens bewerben oder man wird fast noch eher empfohlen dafür, wenn man gewisse Qualifikationen und Leistungen erbracht hat, sodass man da dann quasi in so einem Gruppenprogramm dann aufgenommen wird und die Skills so ein bisschen on the job und auch die Methoden und Tools dann durch verschiedenste Trainings an die Hand bekommt. Ja, was dadurch natürlich implizit auch passiert ist, dass man seinem Umfeld mitteilt, dass man ein Interesse hat, Verantwortung zu übernehmen, was hier jetzt gar nicht draufsteht. Einfach mit dem Vorgesetzten sprechen und sagen, dass man eben wachsen möchte in eine gewisse Position, dass man eine entsprechende Verantwortung übernehmen möchte. Das Gespräch kann Gold wert sein, weil das kann eben niemand von alleine wissen. Das muss man einfach explizit äußern. Das passt ja mit dem letzten Punkt unten rechts, mit dem Take-Initiative grundsätzlich zusammen. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was man ja jedem mitgeben kann. Also wenn es ein Wunsch von euch ist oder ein Karriereziel, dass ihr Teamlead werdet, wartet bitte nicht zu lange darauf, bis irgendjemand anders euer Talent und Potenzial erkennt, sondern werdet immer lieber frühzeitig aktiv und traut euch, sucht Gespräche mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Mentoren, um eben über eure Wünsche zu sprechen und nicht einfach darauf zu warten und zu hoffen, dass irgendjemand mit einem Angebot plötzlich um die Ecke kommt. Ja, definitiv. Das kann ich auch unterstreichen. Also einfach das für sich erarbeiten und dann auch wirklich in die Kommunikation gehen, intern an die entsprechenden Stellen das zu kommunizieren. Und wo wir dabei sind, können wir gleich auf das rechts in der Mitte noch zu sprechen kommen und zwar einen Sponsor finden. Es kann also unglaublich hilfreich sein, gerade in einer größeren Organisation Leute zu finden, wo ein Vertrauensverhältnis da ist, die einen vielleicht mal im richtigen Zeitpunkt auch erwähnen können. Man hat vielleicht Initiativen, die man vorantreiben möchte, die pitcht man von seinem Sponsor und der wiederum bringt einem dann zum Beispiel in neue Kreise rein. Das kann ein ziemlich genialer Karrierebooster sein, ist allerdings nicht ganz einfach, so einen Sponsor zu finden. Wenn ihr so einen Sponsor habt, ist das genial. Üblicherweise sucht und findet man so jemanden in dem eigenen Unternehmen. Ja, ich glaube, wenn man einen Sponsor hat, ähnlich würde ich auch sagen, wie mit einem Mentor. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal auf den Unterschied drauf eingehen, was das genau bedeutet. Aber ich würde sagen, da seid ihr in einer sehr glücklichen Position, wenn ihr Personen habt, die euch so ein bisschen mitnehmen und mitziehen und die, ja, zu denen ihr ein enges Vertrauensverhältnis habt und die euch da auch entsprechend fördern können. Definitiv. Zum Unterschied, weil du das gerade angesprochen hast, der Mentor oder die Mentorin ist grundsätzlich jemand, die Person muss nicht im gleichen Unternehmen sein, ist sie üblicherweise auch nicht, ist eventuell schon zwei, drei Karrierestufen über euch, könnte also irgendwo schon auf einem Director-Level sein, hat aber eben auch mal die Position besetzt, die ihr anstrebt, ist vielleicht auch bestenfalls in der gleichen Branche tätig, das macht sie mal ganz gut und kann euch einerseits sehr viele Tipps geben, kann vielleicht aber auch Connections herstellen und nehmt euch einfach an die Hand und einen Mentor, eine Mentorin zu finden, ist im Endeffekt auch einfach bloß das richtige soziale Netzwerk, in dem Fall wahrscheinlich vor allem LinkedIn, zu durchsuchen nach spannenden Persönlichkeiten, die inspirierend sind, die vielleicht auch ein bisschen was von sich preisgeben und schlussendlich einfach per Nachricht anfragen, hey, kannst du mich mentoren? Ich habe auch das Ziel, hier und da hinzukommen, vielleicht kannst du mich unterstützen und das Mentoring sieht meist so aus, dass man sich alle paar Monate mal zusammencallt und einfach darüber spricht, wo man jetzt in der Karriere steht und welche Schritte man als nächstes einleiten kann und dann halt mit dem Mentor, mit der Mentorin bespricht, wie sie dabei helfen können. Gibt es übrigens auch in manchen Unternehmen sogar intern so richtige Mentoring-Programme, wo man teilweise dann auch mit Mentoren aus ganz anderen Abteilungen zusammengebracht wird und wie Sebastian da schon richtig gesagt hat, das ist dann eher so ein lockerer Austausch, wo dann sozusagen die Mentorin oder der Mentor meist auch von der eigenen Erfahrung erzählt und die eigenen Erfahrungen weitergibt, um dem Mentee da ein bisschen zu helfen, vielleicht auch Sicherheit zu bekommen in bestimmten Situationen, aber vielleicht auch manche Fehler lieber nicht zu machen, die vielleicht der Mentor oder die Mentorin selbst gemacht hat. Genau, der Sponsor dagegen ist ja, also bin mir nicht so 100% sicher, aber in der Regel findet man den ausschließlich im eigenen Unternehmen ist meist auch jemanden, der einem sehr nahe steht, heißt, kann ein direkter Vorgesetzter sein, mit dem man auch sozusagen intensiv zusammenarbeitet und ja, der einen so ein bisschen mitnimmt, also der öffnet einen auch so die Türen zu gewissen Netzwerken intern, der einem vielleicht auch das eine oder andere interne Informationshäppchen mal weiterleitet, einen auch ganz, ja, vielleicht auch mit Mentoring und Coaching gleichzeitig auch noch unterstützt, aber auch immer ein guter Advokat für einen selbst ist, also immer ein gutes Wort einlegt und versucht von oben sozusagen in der höheren Position den anderen so mitzuziehen. Ja, das trifft es ganz gut. Ich würde dann noch auf die letzten beiden Punkte eingehen, und zwar, was generell sich immer empfiehlt ist, wenn man aus diesem fachlichen, technischen rauskommt, dass man ein bisschen mehr anfängt, im Business zu denken. Das heißt, die Aktivitäten, die man alltäglich ausübt, mal zu quantifizieren, da zu verstehen, wie wirken die jetzt auf das große Ganze ein, also wie wirken die sich auf das Produkt ein, wie wirken die auf zum Beispiel das Verhalten vom Kunden ein und schlussendlich halt auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen, also welchen Einfluss habe ich durch meine Tätigkeiten? Das stückweise zu verinnerlichen, ist extrem hilfreich, wenn man dadurch besser versteht, welchen Hebel man eigentlich hat. Und wenn man weiß, welchen Hebel man hat, wird man auch erfolgreicher mit den Initiativen sein, die man startet. Und damit habe ich jetzt schon die Brücke gebaut zu den Initiativen. Wir hatten das gerade schon einmal angesprochen. Und ich würde eine Sache noch hervorheben, je nach Unternehmenskontext, gerade wenn nicht alles so extrem strikt vorgeschrieben ist und man auch seine Zeit in einem gewissen Maße frei einteilen darf, schadet es nicht, auch einfach mal Initiativen selbst zu starten. Wir beide haben da auch schon ein bisschen Erfahrung mit gesammelt und zwar haben wir immer schon sehr gerne Lehrveranstaltungen organisiert und haben das auch in Unternehmen schon eingeführt. Und auch da war es nicht immer mit großem Absegnen von jeder Führungsebene, dass man das so tut und wie man das tut und wann man das tut, sondern man hat einfach mal losgelegt, hat eine Initiative gestartet und hat sich im Prinzip bewiesen, dass man eigenverantwortlich Dinge vorantreiben kann. Und egal, was es für eine Initiative ist, es gibt da wirklich unendlich viele Beispiele dafür, wenn ihr da einen wertvollen Beitrag leistet, dann seid einfach mal so frech und startet das einfach, ohne euch jetzt irgendwie jedes Abnicken noch abzuholen. Das kann manchmal für eine Überraschung sorgen und auch das Vertrauen stärken in euch, weil ihr autonom für euch was voranbringt. Jo, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir können gerne mal auf die nächste Slide schauen. Oh ja, die ist cool, weil jetzt wollen wir mal ein bisschen unsere Zuschauer mit integrieren. Und zwar haben wir jetzt mal zwölf verschiedene Skills aufgeschrieben, die man als Leader, als Teamlead haben sollte, könnte, wie auch immer. Vielleicht ist auch was dabei, von dem ihr sagt, okay, beziehungsweise vielleicht fehlt euch auch das Wichtigste. Schreibt doch mal in den Chat, was ihr glaubt, was so eurer Meinung nach der wichtigste Skill für Teamleads oder Leadership allgemein ist. Also entweder es ist etwas von dem, was da steht, oder es ist irgendwas anderes, wo ihr sagt, hey, das ist der Skill, den man unbedingt braucht. Jo, und wie machen wir jetzt bis dahin weiter, bis wir die ersten Antworten bekommen? Ich frage dich mal, was glaubst du denn? Also grundsätzlich sind alle Punkte, die da auf der Folie stehen, total wichtige Skills für einen Leader. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Time Management nicht relevant ist, sondern die sind alle wichtig. Vermutlich ist das Charisma für mich das Unwichtigste, zumindest in unserem Bereich. Ich glaube, dass man mit Fachlichkeit dadurch durchaus gut kompensieren kann, selbst wenn man jetzt nicht das größte Charisma ist. Für mich, ich glaube, eine der wichtigsten Skills, weil das bei den Aufgaben, und da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch hinkommen, eigentlich fast überall total entscheidend ist und auch so ein bisschen den Erfolg bedingt, ist Kommunikation. Auch wenn das so ein plattes Wort ist und alles bedeuten kann, aber Kommunikation, wenn du ein guter Communicator bist, kannst du ganz, ganz viele Aufgaben als Teamlead meistern. Das kann mit deinem eigenen Team sein, das kann mit Stakeholdern sein, das kann auch sein, wenn du rein, ja, wenn du für dich selbst in Performance-Reviews bist. Ja, oh, wir haben eine Frage bekommen. Ich lese mal kurz vor. Oder eine Antwort. Wenn es um reines People-Management geht, würde ich sagen, Empathie und Kommunikation. Oh, sehr gut. Ja, da bestätigt das ja, genau. Genau, das deckt sich mit deiner Aussage. Und gerne noch weitere, ihr könnt euch gerne noch beteiligen. Tatsächlich läuft oft vieles auf Kommunikation hinaus. Genau, da sehen wir es nochmal. Da schreibt noch eine weitere Person. Und zwar die Barbara schreibt Communication. Tatsächlich ist alles wichtig. Sarah hat das schon ganz gut zusammengefasst. Aber es läuft eben viel auf Kommunikation hinaus. Und natürlich ist es auch mit den anderen sehr stark verbunden. Gerade, was vorher geschrieben wurde, Empathie und Kommunikation sind sehr eng beieinander. Also Empathie ist eben eine Kernform von Kommunikation. Also dem Gegenüberverstehen nicht nur auf der verbalen Ebene und auf die Person wirklich gezielt eingehen können. Ja, sehr cool. Danke fürs Mitmachen. Also wir arbeiten heraus. Es gibt unglaublich viele Skills, die man als Leader braucht. Allerdings ist Kommunikation schon extrem wichtig. Und warum ist das so? Weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr von einem zum Beispiel von einer Data Science, Senior Data Science Rolle oder von einer Senior Software Developer Rolle in diese Team Lead Funktion kommt, habt ihr auf einmal viel mehr Interaktion. Also ihr könnt euch das auch ganz technisch vorstellen. Vorher interagiert ihr vielleicht mit euren Peers, also mit euren anderen Teammitgliedern. Und jetzt auf einmal müsst ihr nicht nur mit euren Teammitgliedern agieren, sondern auch mit dem Kunden, mit noch einer Führungsebene darüber, mit anderen Stakeholdern, zum Beispiel anderen Abteilungen, mit zum Beispiel strategischen Partnern außerhalb der Firma. Es entstehen also ganz, ganz viele neue Interaktionen nach außen, die ihr managen, die ihr verwalten müsst. Und deswegen ist Kommunikation eben so ein wichtiger Aspekt. Wir haben noch einen Kommentar bekommen, den würde ich auch ganz gerne noch nennen. Bei technischem Leadership, ich glaube, das war von der gleichen Person, die vorher differenziert hat, nämlich mit dem People Management. Eben jetzt hier bei technischem Leadership ist das Mitarbeiterentwicklung und Vertrauen, also Alignment mit Mitarbeitern schaffen. Würde ich auch sagen, da kommen wir, wenn wir die Zeit noch haben, auf jeden Fall auch noch dazu, auch nochmal unsere Perspektive auf die Unterschiede zwischen einem Tech-Lead und einem, sagen wir mal, einem People-Lead, um es etwas abstrakter zu halten und wo wir sozusagen jetzt auch den Team-Lead aktuell verorten würden. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Echt cool, Dankeschön. Vielleicht gehen wir sogar direkt mal darauf ein. Ich habe ja gerade schon das Thema Stakeholder-Management angesprochen und das Thema Alignment wurde gerade angesprochen. Lass uns doch einfach mal direkt da hinspringen. Da haben wir nämlich eine extra Folie für vorbereitet. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, auf einmal entstehen ganz viele Interaktionen mit ganz vielen verschiedenen Personen und die Interaktionen, die man hatte, also mit dem Team, die ändern sich. Man ist jetzt nicht mehr auf fachlicher Ebene so stark verbunden, sondern man ist als People-Lead zum Beispiel dafür zuständig, Feedback zu geben. Und nicht nur fachliches Feedback, sondern man will die Leute auch weiterentwickeln, ganz gezielt. Man möchte halt gute Lernformate oder Lernoptionen schaffen. Man möchte die Leute in der Karriere weiter pushen. Und dementsprechend ist Kommunikation key an der Stelle. Und das gilt natürlich für diese Interaktionen, die links beschrieben sind, aber eben auch für das gerade beschriebene Alignment. Denn wenn man in diese Team-Lead-Position kommt, das gilt übrigens nicht nur für Team-Lead, sondern generell für Leadership ganz allgemein, dann geht es darum, eigene Beobachtungen zu machen, die Beobachtung des Teams einzufangen, die Beobachtung von einer Ebene drüber vielleicht oder von den Kunden und die zusammenzubringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dort einen guten Konsens zu finden und einen guten Middle-Ground. Von daher Alignment, extrem wichtiges Thema, das man oft sogar als Synonym für Leadership nennen könnte. Ja, was dir da halt hilft, gerade wenn ich das linke Bild so sehe und ich sehe die ganzen Personen-Icons da drin, dann ist es wieder auch das Thema Empathie, weil wenn ich in der Lage bin, mich, okay, Empathie heißt sehr viel Gefühlslage, also in die Gefühle anderer hinein zu versetzen, aber auch darüber hinaus, wenn ich ein Verständnis dafür entwickeln kann, was die Agenda-Punkte einzelner Stakeholder sind, also was wollen meine Vorgesetzten von mir zum Beispiel, also was haben sie für Erwartungen an mich, wie soll ich performen, was soll ich fürs Unternehmen leisten, gegenüber zum Beispiel, welche Erwartungen haben meine Teammitglieder an mich, dann habe ich hier natürlich auch einfach die Möglichkeit, entsprechend dieses Alignment zu schaffen. Ja, definitiv. Also Empathie neben Kommunikation extrem wichtig, weil eben auch nicht alles auf der verbalen oder schriftlichen Ebene passiert, dass man da wirklich ein empathischer Leader ist und auf seine Mitarbeiter gut eingehen kann. Und das ist eigentlich schon die perfekte Brücke wieder zu einer Fähigkeit, die man unbedingt beherrschen sollte. Ich springe mal gleich zu der Slide. Und zwar ist das Thema Active Listening. Wenn man also wirklich als empathischer und kommunikationsstarker Leader agieren möchte, was eben extrem hilfreich ist, dann lohnt es sich, Active Listening zu verinnerlichen und wirklich jeden Tag daran zu arbeiten, besser darin zu werden. Bloß die Frage ist vielleicht, was heißt Active Listening? Ich weiß nicht, ob das jeder schon mal gehört hat. Wir haben sich in fünf Bereiche eingeteilt. Das Ganze, auch wenn da oben steht Body Language, ist natürlich nicht begrenzt auf In-Person-Treffen. Genau deswegen ist es so wichtig, wenn wir im Remote-Kontext sind, dass wir dann gerade bei wichtigen Gesprächen auch die Kamera anhaben, weil Mimik, Gestik, Körpersprache nicht zu unterschätzen ist. Also ich erkenne dann doch sehr schnell, ist jemand gelangweilt oder verärgert oder einfach auch glücklich, wenn ich ins Gesicht der anderen Personen schauen kann, ganz egal, ob digital, remote oder halt wirklich vor Ort. Das heißt, Body Language ist ein wichtiger Punkt, sich wirklich verinnerlichen, was denkt oder fühlt die Person gerade gegenüber, ohne dass sie vielleicht was sagt dazu. Das andere Thema ist, dass man generell sehr aufmerksam ist. Was wird denn gesagt? In welcher Tonlage? Und dass man sich auch vielleicht Notizen macht währenddessen. Wenn man nicht genau versteht, was los ist, sollte man einfach viele Fragen stellen. Diese Fragen sollten möglichst offen formuliert sein. Also kein Bias, keine vorgefertigte Meinung in die Fragen, sondern wirklich ganz offen fragen, was ist denn los? Wie kann ich helfen? Was blockiert dich? Also wirklich die andere Person kommen lassen und sie soll halt sagen, was denn das Problem ist oder wie man helfen kann. Und wenn man dann spricht, wovon man generell weniger sprechen sollte beim Active Listening, weil es geht ja vor allem ums Zuhören, dann sollte man beim Sprechen eben vielleicht mal wiederholen, was die andere Person gesagt hat, um das nochmal zu verifizieren, dass man das richtig verstanden hat. Man sollte auch nicht unbedingt Judgment geben, also nicht unbedingt die eigene Meinung da so stark durchklingen lassen. Und aus Zeichen des Respekts und der Konzentration sollte man natürlich auf Ablenkung jeder Art verzichten. Ja, und weil das ja hier eigentlich schon so eine kleine Checkliste ist, könnt ihr, wenn ihr möchtet, jetzt auch gleich mal einen Screenshot machen und vielleicht mal in euer nächstes 1-zu-1-Gespräch mitnehmen, egal ob ihr jetzt schon Teamlead seid oder ihr selbst vielleicht mit eurem Vorgesetzten oder eurer Vorgesetzten sprechen wollt. Vielleicht habt ihr auch ein bestimmtes Thema, was ihr mal vorstellen wollt, wo ihr vielleicht ein bisschen Budget braucht, Geld oder Zeit, je nachdem. könnt ihr das einfach mal euch zur Seite legen und vielleicht immer mal wieder so ein Auge drauf werfen, ob ihr entsprechende Tipps, die hier notiert sind, dann auch beachtet. Ja, sehr gut. Ich hätte jetzt mal eine ganz provokante Frage, weil wir sind ja jetzt hier schon sehr viel in so richtigen Leadership-Skills drin und am Ende sind wir ja doch auch noch Techies. Also wir kommen eigentlich alle aus einer technischen Rolle, sei es eine analytische, eine entwickelnde Rolle, wie auch immer. Und jetzt werde ich Teamlead. Darf ich denn jetzt gar nicht mehr coden als Teamlead? Also, wenn du die Frage nicht gestellt hättest, dann hätte ich sie spätestens in fünf Minuten im Chat erwartet. Die Frage liegt natürlich komplett auf der Hand. Absolut richtig. Ich glaube, dafür macht es Sinn, dass wir uns mal anschauen, welche Arten von Leadership es gibt oder worauf wolltest du hinaus? Ich hatte jetzt da noch keine konkrete Call-to-Action im Hintergrund. Aber lass uns, ja, wenn das jetzt bei dir so, ja, lass uns mal auf den Karriereweg da ein. Genau, gehen wir auf den Karriereweg ein, weil da können wir das, glaube ich, ganz gut ableiten. Die Frage ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und stellen sich, glaube ich, viele Personen, wenn ich jetzt aufhöre zu programmieren, dann kann ich ja gar nicht mehr so ein guter Mentor sein. Wenn ich aber weiterprogrammiere, dann habe ich keine Zeit für mein Team. Also, was mache ich? Und die Frage, die quält tatsächlich sehr, sehr viele angehende und junge Teamleads. Und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil man natürlich technisch kompetent sein möchte. Und um darauf ein bisschen einzugehen, haben wir hier mal unsere Karrierepfade. Die haben wir als Modell entwickelt, um also ein Stück weit herauszuarbeiten und zu unterscheiden, welche Arten der Karriereentwicklung gibt es eigentlich. Ihr seht oben Trainee, Junior, Senior oder Mid-Level. Und ab irgendeinem Punkt entscheidet man sich dann, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen, mehr Verantwortung, als ich bisher als Senior hatte und wird dann zum Beispiel Teamlead oder Manager, Product Manager, Tag Lead, was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Spannende ist, der Teamlead ist hier gar nicht drauf. Warum ist hier kein Teamlead drauf? Ja, warum ist hier kein Teamlead drauf? Ach, war das eine Frage an mich? Das war eine Frage an dich. Ach so? Das hatte ich gar nicht so verstanden. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns einfach lange Gedanken gemacht, wie typischerweise der Arbeitsalltag eines Teamleads aussieht. Natürlich auch so ein bisschen versucht zu generalisieren, ohne, ja, wie soll ich sagen, ohne zu viel zu pauschalisieren. Ja, ich glaube, das macht gar keinen Sinn, aber wir haben versucht zu überlegen, was eben die Aufgaben eines Teamleads heutzutage sind und haben festgestellt, dass in der Praxis es meist eine Mischung ist, vor allem aus diesem Karriereweg des Peopleleads und des Techleads, manchmal auch des Productleads und also den drei Buckets, die ihr im unteren Bereich seht. Und deshalb, wie gesagt haben, okay, wenn wir über Teamleads sprechen, dann ist das eigentlich, ja, hatte ich, glaube ich, anfangs eh gesagt, meist ja so diese erste Art der Führung. Und da spielen einfach, spielt einfach diese technische Kompetenz meist noch eine sehr, sehr große Rolle. Und es ist selten so, dass jemand von dem Senior sofort zu einem Engineering Manager wird und gar nichts mehr mit dem Technologie-Stack oder der Codebase zu tun hat, sondern meistens entwickelt man sich so langsam in diese Rolle rein. Und da können wir ja gleich auch noch mal auf die nächste Folie springen. Ich weiß nicht, ob du hier noch was zu sagen möchtest. Genau, eine Sache möchte ich noch sagen, die auch die Brücke zur nächsten Folie ist. Teamlead ist eben nicht gleich Teamlead. Der Teamlead ist hier deswegen nicht auf der Folie, weil wir haben das in den Coachings und Masterclasses festgestellt, es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Arten oder Typen von Teamleads. Es gibt halt Teamleads, die haben noch eine extrem starke, Prozessverantwortung. Es gibt Teamleads, die machen schon sehr, sehr viel People Leadership, was dann eher in die Management- oder Engineering-Manager-Rolle geht. Und es gibt eben welche, wie du gerade genannt hast, die eben noch sehr viel Technologie machen, vielleicht, weil sie gerade erst Teamlead geworden sind, einfach noch benötigt werden als technologische Ansprechperson oder als jemand, der die Sachen umsetzt. Aber, wie du schon gesagt hast, das wechselt sich dann mit der Zeit. Und damit springe ich auch mal direkt... Jetzt habe ich noch einen Punkt dazu zu ergänzen. Geh doch einmal bitte kurz zurück. Also, wo man das schon deutlich stärker in der Abgrenzung sieht, ist in größeren Tech-Organisationen, die nach einer Matrix-Organisation arbeiten. Das möchte ich ganz gerne nochmal hervorheben. Da wird es dann schon eher so sein, dass man gezielter dann vielleicht eher zu einem Engineering-Manager wird oder zu einem Tech-Lead oder auch zu einem Product-Lead. Und da halt auch ganz klar die Verantwortlichkeiten getrennt sind. Das heißt, wir sprechen hier von, ja, geteilten Führungsverantwortungen, wo wir aber meistens dann auch bei so einem Engineering-Manager bis zu 20 Personen haben, die der oder die verantwortet. Das haben wir meistens nicht beim Klassiker des Team-Leads. Genau. Und damit können wir wieder zurück und auf deine nächste Folie gehen. Genau. Was wir machen in unseren Coachings und in unseren Masterclasses, dass wir halt ein bisschen herausarbeiten, was für eine Art von Team-Lead bist du denn? Und dazu nutzen wir halt einfach eine prozentuale Verteilung, in der wir herausarbeiten, in welcher dieser Verantwortungsbereiche, die wir in dem Modell vorher erklärt haben, befinden sich denn eigentlich meine Aufgaben. Das heißt, man forscht mal sein Jira-Board durch oder welches Tool auch immer man nutzt und arbeitet mal raus, okay, wie viel Zeit fließt denn in welchen Aufgabenbereich und wird dann so ein bisschen seinen Arch-Type herausfinden, was für eine Art von Team-Lead man ist, was wir zusätzlich noch machen, um besser zu verstehen, nicht nur was man selbst tut, sondern wie man jetzt interagiert mit den Personen außen herum, was wir vorhin schon kurz hatten, bauen wir eine Team-Architektur. Das haben wir halt angelehnt an Architekturen, die man aus dem Technischen kennt, sodass sich jeder Technologe auch zu Hause fühlt, wo man selbst sozusagen Mittelpunkt ist und definiert dann um sich herum, wer ist denn Core meines Teams, wer ist Edge, wer ist vielleicht externe Partner oder Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet, wie intensiv ist die Interaktion oder welche Interaktion hat man zu den Leuten und last but not least, wer hat welchen Hut auf. Also bin ich der People-Lead, so wie es vielleicht im Buche stehen würde, als Team-Lead oder ist es vielleicht noch jemand anders? Hat jemand anders die Weisungsbefugnis? Bin ich zusätzlich vielleicht noch für das Product verantwortlich und noch für die Technologie, wo man dann merkt, okay, drei Hüte tragen ist vielleicht ein bisschen viel, sollte man schauen, dass man schrittweise vielleicht andere Personen mit in Verantwortung bekommt oder die halt einen Hut aufgesetzt bekommen, den man selbst noch hatte. Das ist also die Art und Weise, wie wir in unseren Lehrveranstaltungen dann das Ganze spielerisch, aber auch visuell analysieren und ja, wo jeder für sich ein bisschen reflektieren kann, in welcher Situation man sich eigentlich befindet. Genau, wo man sich gerade befindet und wo man auch idealerweise hin möchte und welche Skills man dafür fördern muss. Also, um es vielleicht nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzubringen, darf man, soll man, kann man als Team-Lead noch coden? Ich würde so sagen, erfahrungsgemäß ist, wenn du in einem kleinen Team arbeitest, dann wirst du meistens auch noch als operative Kraft gebraucht. Das heißt, da wird deine Tech-Responsibility, wo wir auch das Thema Hands-on-Coding und so mit drin verorten, deutlich größer sein als in Unternehmen, wo du vielleicht mehr als zehn Leute verantwortest und da einfach dann dieser Teil der People-Responsibility prozentual einfach steigt. Und das kann man sich einfach mal vorstellen. Ich habe vorhin einfach mal mir eine Stellenanzeige zu einem Team-Lead ausgesucht. Die war ganz interessant, weil da wurde eigentlich beschrieben, dass die Person letztendlich alle Hüte fast aufhaben sollte. Also es war Projekt- und Produktverantwortlichkeit, es war Verantwortlichkeit für Technologie sowie auch Aufbau des Teams bis zu zehn Personen. Und ich habe mir jetzt einfach nur noch mal Gedanken gemacht, selbst wenn die Person mit jedem Teammitglied in der Woche ein One-on-One hat, dann hast du allein zehn Stunden von deinen 40 schon auf People-Responsibility. Und das ist dann in dem Moment schon ein Viertel deiner Zeit. Also da muss man sich dann gut überlegen, wo man auch Abstriche macht, wo man bestimmte Verantwortungsbereiche auch delegiert, komplett delegiert, um da halt eben dann auch die Zeit zu haben, wirklich für zehn Leute auch ein guter Team-Lead zu sein. Superwichtiges Thema, weil du es ansprichst, Delegieren. Das ist etwas, mit dem sich dann doch viele Technologen am Anfang schwer tun in dieser Team-Lead-Rolle. Also es begegnet uns immer wieder, dass man natürlich alles selbst gemacht hat. Man konnte ja auch alles selbst machen. Man hatte Zugang auf den Code. Man konnte jederzeit selbst Fixes einpflegen. Man konnte Features entwickeln. Und man war ja vielleicht auch der oder die Erfahrenste. Genau. Das heißt, man hat das sowieso gemacht. Das lag auf dem Jira-Board. Man hat sich das Ticket geschnappt und losgelegt. Und hier gilt es halt umzudenken in der Team-Lead-Rolle. Weil, wenn ich als Team-Lead alles selbst mache, dann bin ich eigentlich Individual Contributor und kein Team-Lead. Also dann brauche ich das Team am Ende nicht. Und hier geht es darum, wirklich genau zu verstehen, wie kann ich das Team möglichst effektiv einsetzen und worauf verwende ich meine Zeit. Und da möchte ich mal auf einen ganz wichtigen Aspekt eingehen. Und zwar auf das Thema Time and Task Management. Man sollte sich eben klar machen, welche Aktivitäten habe ich denn jetzt als Team-Lead? Du hast das Thema One-on-Ones angesprochen. Unglaublich wichtig, um das Team zu motivieren, um die Leute zu entwickeln, um die Performance des Teams zu steigern, um das Vertrauen zu steigern im Team. Und das kann und sollte einen viel wichtigeren Impact haben, als ob ich jetzt selbst irgendein Feature entwickle. Oder ich sollte schauen, dass ich eben ein gutes Lernformat mache, sodass sich mein ganzes Team als Einheit weiterentwickelt, wie wir schneller sind, dass ich vielleicht den Prozess optimiere, weil am Ende sollte ich mir die Frage stellen, wenn ich es selbst entwickle, dann würde ich Wert hinzufügen, also addieren. Aber bestenfalls multipliziere ich Wert als Team-Lead. Sobald ich Leader bin, sollte ich diese Optionen finden oder Aktivitäten finden, mit denen ich Wert multiplizieren kann. Also etwas, das ich zum Beispiel aufs ganze Team übertragen kann, wovon wir als Gesamtes profitieren. Ja, absolut. Ich habe gerade schon mal den Chat beobachtet, da kam eine Frage rein zum vorherigen Beispiel von mir, die möchte ich auch ganz gerne hier mal einblenden. Und zwar ging es darum, genau, ich hatte ja dieses Beispiel gerade erwähnt, dass man als Team-Lead mit jedem Mitglied eine Stunde pro Woche ein One-on-One macht. Genau, One-on-One, also dieses Eins-Doppelpunkt-Eins ist die Abkürzung für dieses Eins-zu-Eins. Genau, ist so viel Kommunikation sinnvoll, beziehungsweise hast du es früher selbst so erlebt und machst du es selbst so? Also ich glaube, diese eine Stunde, das war jetzt sehr luxuriös gedacht, also in Realität, glaube ich, ist es nicht eine Stunde. Aber wir haben uns viel damit beschäftigt, was gute One-on-Wons ausmacht und in welcher Regelmäßigkeit die auch stattfinden sollten. Und es gibt da zwei Ansätze. Also die einen sagen, okay, konstant zum Beispiel mindestens mal eine halbe Stunde pro Woche pro Teammitglied. Und da wird nicht über Fachliches gesprochen, sondern geht es einfach darum, Beziehungen zu pflegen, zu fragen, wie geht es dem anderen, passt alles, fühlt sich der andere gewertschätzt, hat der andere irgendwo Probleme, wo man helfen kann. Das können menschliche Konflikte sein, das können aber auch einfach eine Entlastung sein, weil zum Beispiel sich herausstellt, die Person, Beispiel, baut ein Haus, es funktioniert einfach nicht alles, es ist stressig und gleichzeitig mit großer Verantwortung im Job ist es vielleicht einfach stressig. Also geht es wirklich viel um Beziehungspflege und herauszufinden, geht es meinem Teammitglied gut. Mehr ist es erstmal nicht. Wenn ihr es schafft, eine halbe Stunde pro Woche wäre top, top, top. Eine zweite Möglichkeit, die es gibt, die ich auch sehr, sehr gut finde und auch empfehlen würde, ist, dass man das so ein bisschen abhängig macht, wie lange man die Person schon kennt. Also Teammitglieder, die noch recht frisch im Unternehmen sind und vielleicht auch eher noch Berufseinsteiger, die brauchen meiner Meinung nach etwas mehr Betreuung oder sollten mehr Betreuung auch in One-on-Ones bekommen, als diejenigen, die diese alten Hasen sind. Das heißt, man kann auch da sich anschauen, macht es am Anfang Sinn, mit einem Neuzugang vielleicht jede Woche eine Stunde zu sprechen, um die Person schneller kennenzulernen und auch potenzielle Blocker schneller zu identifizieren und dann im Laufe der Zeit das reduzieren auf eine Zeit und einen Umfang, die es auch möglich ist. Genau, das sind so ein bisschen die zwei Ansätze, die ich sehr empfehlen würde. Ich kenne es auch aus der Praxis, dass es Leute alle zwei Wochen machen. Das ist aber für mich auch dann schon fast, ja, so das Maximum an Zeit, was zwischen solchen Gesprächen liegen soll. Also wenn du dann wirklich nur noch alle drei Monate mal ein One-on-One machst, ist das meiner Meinung nach zu wenig. Ja, dann wird das One-on-One auch eher zum Feedback-Gespräch, was man verhindern sollte, weil das One-on-One ist eben kein Feedback-Gespräch. Sarah hat das ganz gut beschrieben. Es geht darum, halt die Bindung zu den Mitarbeitern sehr eng zu halten, zu verstehen, was bewegt sie privat, wie kann man eventuell Blocker aus dem Weg schaffen. Und was man aber auch fairerweise dazu sagen muss, im deutschsprachigen Raum sind One-on-Ones nicht ansatzweise so alltäglich, wie sie jetzt im amerikanischen Raum zum Beispiel sind. Also dort ist es halt viel üblicher, dass man wirklich sein Weekly One-on-One hat. Und ja, wir sind da ein bisschen hinterher mit der Kultur oder wissen noch nicht ganz genau, wie wir das gut messen können, denn eine gute One-on-One-Kultur wird sich extrem auszahlen, zum Beispiel mit der Mitarbeiter-Retention. Mitarbeiter werden viel länger im Unternehmen bleiben und wenn man sich mal durchrechnet, was es kostet, neu zu hirn, weil vielleicht jemand gegangen ist, ist das vermutlich günstiger, sich jede Woche eine halbe Stunde oder alle zwei Wochen eine halbe Stunde kurz zusammenzusetzen und einfach mal den Status zu besprechen. Genau. Jetzt waren wir bei dem Adding Value, Multiplying Value. Ich hatte da vorhin noch eine Sache, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Also vielleicht können wir einfach... Kein Problem. Dann würde ich noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, wenn man jetzt für sich herausfinden möchte, würde ich jetzt Wert adden oder multiplyen, dann kann man sich ein Tool zur Hilfe nehmen. Und der eine oder andere kennt das vielleicht so als Eisenhower-Matrix oder Impact-Effort-Matrix. Und genau, das Ding hat vier Quadranten und man kann seine Aufgaben, die selbst bei einem liegen oder die als Potenzial da wären, die zu erledigen, die kann man einteilen. Und zwar nach dem Effort und nach dem Impact. Und was immer cool ist, wenn man merkt, man hat irgendwelche Aufgaben, die wenig Aufwand sind und einen hohen Impact haben auf das Geschäft, auf den Outcome sozusagen, das heißt Customer Behavior, dann sind das Quick Rends. Die sind genial. Die könnt ihr super machen, da habt ihr einen super Hebel. Was ihr viel mehr haben werdet, sind so High-Effort, High-Impact-Aufgaben. Das sind einfach eure Hauptaufgaben. Damit solltet ihr Zeit verbringen. Wo ihr ganz vorsichtig sein solltet, sind eben High-Effort, Low-Impact. Das sind absolut Thankless-Tasks, wie es da steht. Schaut gut, ob ihr die überhaupt machen müsst, ob ihr dazu verpflichtet seid oder ob ihr die irgendwie loswerden könnt. Und was ihr noch nutzen könnt, und das sind halt so die Fill-Ins, die man so zwischen Terminen oder zwischen anderen Tasks machen kann, sind Sachen, die keinen großen Impact haben, die aber auch kein großer Aufwand sind, die man vielleicht mal so auf zehn Minuten erledigen kann. Also das ist ein Tool von verschiedenen Tools, die wir haben, mit dem man für sich schnell evaluieren kann, was mache ich denn, wie mache ich es und vor allem, wie priorisiere ich meine ganzen Tasks. Wenn ich dann ein Board habe mit 20, 30 Tasks, da muss ich ja irgendeine Reihenfolge finden, die sinnvoll ist. Ich glaube, was den Effort angeht, das kann man recht gut mit Zeit bemessen oder mit anderen Arten von Metriken, die man vielleicht auch aus der Entwicklung kennt, wenn man noch sehr entwicklungsnah arbeitet. Beim Impact ist es sicherlich ein bisschen schwieriger zu sagen, was hat denn jetzt wirklich Impact? Das heißt, da bedarf es schon auch eine gewisse Reife, schon von euch auch zu wissen, wo habt ihr denn Impact? Und das hängt jetzt ja letztendlich auch wieder mit dem, mit der Slide von vorhin zusammen. Also wo habt ihr eine multiplizierende Wirkung mit euren Tätigkeiten? Also vielleicht können wir das hier auch tatsächlich einmal versuchen, so ein One-on-One einzuordnen. Ja, spannend. Also One-on-One ist definitiv schon mit einem bisschen Aufwand verbunden. Wobei, wenn ihr erstmal ein One-on-One-System habt, die Systeme, die wir propagieren, dann sollte nicht so viel Zeit in Vorbereitung fließen. Eure One-on-Ones sind eigentlich Termine, die ihr dann regelmäßig durchführt und wo der Vorbereitungsaufwand nach den ersten paar Mal eigentlich gegen Null gehen sollte, weil ihr habt eure Notizen vom letzten Mal und mit denen könnt ihr dann in die nächste Runde starten. Das heißt, gehen wir davon aus, jede Woche oder alle zwei Wochen eine halbe Stunde ist ja mittelmäßiger Aufwand. Also ist jetzt kein Fill-in, definitiv nicht. Das wäre auch denen nicht gerecht. Würde sich vermutlich irgendwo in der Mitte befinden vom Effort, vom Impact, kann das allerdings schon einen hohen Impact haben. Ja, weil ihr sehr viel, seid sehr nah an euren Mitarbeitern. Ihr könnt halt herausfinden, okay, was bewegt sie privat? Was blockiert sie vielleicht gerade? Haben sie irgendwie technische Probleme? Muss ich da vielleicht eine zweite Person ranbringen, Peer-Programming initiieren oder wie auch immer man der Person helfen kann? Dementsprechend würde ich es zwischen den Quick-Wins und den Major-Tasks sehen. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, tendenziell eher einen Quick-Win, gerade wenn man jetzt mal das auf eine halbe Stunde bezieht. Das ist jetzt im Vergleich zu einem größeren Bug-Fix oder vielleicht sogar auch einem Workshop, wo es um Requirements-Engineering geht, geht ja doch deutlich weniger zeitintensiv. Das Einzige kann halt nur sein, je nachdem, in welcher Branche ihr unterwegs seid, dass das halt bei euch anders gemessen wird mit dem Effort. Also, dass es nicht nur eine reine zeitliche Betrachtung ist, sondern auch eine Art der Opportunitätskosten, gerade im Consulting-Bereich, wo es ja doch viel um die Billable Hours geht. Also, da kann es dann vielleicht dann doch eher in Richtung Major-Tasks tendieren. Genau, da gibt es einen Kommentar oder Frage. Für den Impact habe ich oft die Metrik, wie viele Leute sind in welchem Maß betroffen, wenn ich diese Aufgabe nicht erledige? Oh, sehr, sehr gute Herangehensweise. Ja, definitiv. Also, die Abhängigkeiten zählen und schauen, okay, wen blockiere ich vielleicht. Super hilfreich. Sagt natürlich noch nicht unbedingt aus, ob die blockierten Leute dann selbst einen großen Outcome oder Impact haben, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit schon mal zu evaluieren, wen würde ich gegebenenfalls blockieren. Oder eine Ergänzung noch, ich gehe mal von aus von der gleichen Person oder wie viele Personen müssen Zeit investieren, wenn ich vor der Erledigung des Tags krank werden würde. Eine sehr, sehr gute Herangehensweise, die werden wir definitiv auch genauso konkret mal mit aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Das sind sehr, sehr gute Beispiele. Ja, sehr, sehr guter Input. Generell, um auf eine Sache nochmal zurückzukommen, die wir vorher besprochen hatten, ganz zu Anfang, es lohnt sich halt, das betriebswirtschaftliche Know-how ein bisschen zu upgraden, also wirklich zu verstehen, was sind die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und messbar zu machen, wie zum Beispiel gewisse Features des Produkts, an dem man entwickelt hat, einen messbaren Erfolg auf das Gesamtergebnis bringen oder auf das Nutzerverhalten. Denn wenn man das backtracken kann, dann kann man mit der Zeit eben dieses Gefühl bekommen, von dem du gesprochen hast, besser zu beurteilen, okay, was hat denn wirklich einen hohen Impact und was eher nicht, also ist der Bugfix jetzt wirklich so relevant, ist das ein Showstopper oder kann der jetzt auch noch zwei Wochen liegen bleiben, weil tankiert jetzt eh kaum einen Nutzer. Gut, Sebastian, mal zeitlich betrachtet, hast du noch irgendwas zum Zeigen oder Das ist die falsche Frage oder wollen wir langsam das Ganze zum Ende bringen. Also ich beantworte die Frage so, wir hätten noch ganz viel zu zeigen und wir hätten noch viel mehr darüber zu quatschen, aber ich glaube, wir lassen es mal dabei, dann sind wir eh schon über die 45 Minuten, die wir angedacht hatten, aber wir haben es vorab angekündigt, also wir können über das Thema tagelang reden und wir werden bestimmt auch mal wieder ein Webinar dazu veranstalten. Genau, ihr könnt ja, wenn ihr vielleicht jetzt auch ganz konkrete Fragen habt zu dem Thema, uns da entweder auch in den Kommentaren nochmal was dazu schreiben oder auch per DM Sebastian oder mir schreiben, was sind das denn für Themen und für Fragen, die ihr habt, weil dann können wir dazu auch ganz gezielt mal ein Webinar anbieten und das mit euch gemeinsam diskutieren und euch da auch ja, Tools und Lösungsvorschläge an die Hand geben. Genau, Sebastian, magst du nochmal zusammenfassen, bevor ich dann den Abschluss mache? Ja, definitiv. Also erstmal möchte ich mich bedanken bei allen, die hier sich im Chat mit aktiv gezeigt haben. Super cool, so macht das immer viel mehr Spaß und so macht das Live-Format natürlich auch erst Sinn, wenn sich Leute beteiligen im Chat. Also vielen, vielen Dank für die Beteiligung. Das war sehr cool, sehr wertvoller Input von euch und ja, zusammenfassend, ich möchte es relativ knapp halten und zwar macht euch Gedanken, ist Team Lead das Richtige für euch oder eine andere Art von Verantwortung übernehmen. Seid euch klar, das ist ein Rollenwechsel, ja, also ihr bewegt euch schrittweise weg von Technologie. Im besten Falle werdet ihr auch nicht mehr so nah an der Technologie sein, vor allem, wenn ihr dann über die Jahre weiter in dieser Rolle wachst oder vielleicht in Richtung Engineering Management geht. Ja, und macht euch einfach klar, wo ihr der Multiplikator seid, ja, also welche Aktivitäten haben wirklich den größten Hebel für euer Team oder für eure Organisation oder fürs Produkt und versucht euch selbst aus dem Stark-Operativen immer weiter rauszunehmen. Das ist nicht ganz einfach, weil man seine Lego-Steine abgibt, ja, mit denen man lange gerne gespielt hat, aber es ist das Beste für die eigene Karriereentwicklung und es ist in der Regel auch das Beste für die Organisation. Schön, gut zusammengefasst. Ja, dann mache ich jetzt einfach noch den Abschluss mit euch und zwar hatte ich ja anfangs angekündigt, dass ich noch ein letztes Wort zur Tech Leaders Academy verlieren will an der Stelle und zwar haben wir zu dem Thema Team Lead auch eine Masterclass. Es ist letztendlich so, dass wir ganz konkret diese Themen, ja, vielleicht auch der Überforderung und so ein bisschen das Ringen nach Tools und Ansätzen vor allem bei jungen und angehenden Team Lead sehen, die halt wirklich gerade von so einer technischen Rolle in eine Team Lead-Rolle sich weiterentwickelt haben oder gerade dabei sind und dafür haben wir so ein sechsmöchiges Trainingsprogramm entwickelt, das jetzt am 6. Juli auch schon in die nächste Runde geht mit den nächsten Teilnehmenden und es sind noch ein paar wenige Spots frei, wofür man sich bis nächste Woche Freitag, das ist der 23. noch anmelden kann. Wenn das also bei euch ein Thema ist, worum geht es da? Also da geht es um verschiedene Themen, was wir auch heute angesprochen haben. Einerseits erstmal zu analysieren, was seid ihr für ein Team Lead-Typ, also welchen Archetype habt ihr, wo wollt ihr euch hin entwickeln, welche Tools braucht ihr dafür und dann gehen wir über eigentlich die größten Schmerzpunkte hinweg, also wir thematisieren Zeit- und Aufgabenmanagement extrem stark, wir kümmern uns um das Thema, wie, was könnt ihr für Maßnahmen nutzen, um eure, euer Team, eure Teammitglieder weiterzuentwickeln und wie macht ihr auch gute Performance Reviews, aber auch solche Themen wie Informationsflüsse, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber da geht es ganz viel um, mit welchen Tools arbeitet ihr eigentlich im Technologie-Sinne, also ist das viel Jira, ist das viel Confluence und wie könnt ihr sozusagen die Informationsflüsse so optimieren, dass ihr nicht immer das Bottleneck seid, sondern dass sich auch eure Teammitglieder Selbstinformationen beschaffen können. Da ist so noch einiges mehr und ach, ich weiß nicht, ich muss jetzt endlich mal den Punkt finden, das können wir zusammen besprechen und euch da entsprechende, ja, eure sozialen Skills, aber vor allem auch die methodischen Skills einfach auf ein nächstes Level will bringen und genau, wenn ihr Fragen dazu habt jederzeit, kontaktiert uns, wir beißen nicht, traut euch einfach ran, es ist am Ende eine Weiterbildung, die in der Regel von Unternehmen über die Weiterbildungsbudgets bezahlt werden. Genau, damit ist der Werbeslot zu Ende. Ich habe aber noch zwei Sachen dazu. Ja, okay, sorry. Erstens, wir bieten das an nur für Technologen. Ja, Das ist ganz wichtig zu erwähnen, das heißt, in den Workshops werden auch nur Technologen sein. Wir haben also niemanden jetzt, der Sales macht oder Marketing oder Das war für mich so klar, ja, stimmt. Aber ich möchte es einfach nochmal erwähnen, uns ist das ganz wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist, dass man halt die Use Cases viel praxisnah wirklich diskutieren kann. Es wird sehr hands-on sein, also ihr werdet mit Personen aus anderen Unternehmen, aus anderen Locations dort im Workshop gemeinsam Dinge erarbeiten und ganz wichtig ist mir zu erwähnen, es gibt nicht nur Lernmaterial, das ihr für euch konsumieren könnt, die Workshops in der Gruppe, sondern es gibt eben zusätzlich auch ein Coaching beziehungsweise zwei Coachings sogar, die zusätzlich stattfinden, wo man nochmal ganz gezielt auf individuelle Herausforderungen eingeht. Genau, das waren meine zwei Points, die ich noch loswerden wollte. Supergut und damit beenden wir das Ganze. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und für die vielen tollen Fragen und ja, habt noch einen wunderbaren Abend, genießt die Sonne, gönnt euch ein Eis und wir sehen uns dann vielleicht am Donnerstag zu TechWorlds Uncovered zur Rolle des Analytics Engineers. Schaut da einfach mal wieder rein. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.